UNTERTITELUNG 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 Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du, äh, gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern! Er ist leichtsinnig. Sektor, das ist alles! Und er hat zwei Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen null. Liegt eine Leiche an unserem Strand. Das gehört nicht zu unserem Job. Mein Bauch sagt, dass da irgendeine kranke Scheiße abgeht und meine Eier, geh dem auf den Grund. Meine Eier sagen, lass uns bloß nichts überstützen. Alter, wieso klingen deine Eier wie dreijährige Mädchen? Keine Ahnung, Mann. So reden die halt. Aber die sind weise. Willkommen bei Baywatch. Sag mal, musst du mich so angrapschen? Wieso sieht das immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen? Du siehst das auch? Was glaubt ihr, wo wir hier sind? Bei den vernappten X-Games? Sorry, wir waren gerade auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd. Eine Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd? Wollt ihr mich verarschen? Wie erkläre ich's, damit ihr sonnenverbrannten Hirnis das versteht? Sonnenverbrannte Hirnis? Sonnenverbrannte Hirnis? Oh, damit muss er dich meinen. Ich krieg keinen Sonnenbrand. Alles klar. Immer doch, Bruder. Oh, oh, oh.